Für den Renault Talisman werden dem Kunden zwei Benzinmotoren zur Auswahl angeboten. In beiden Motoren kommen modernste Technologien zum Einsatz, so zum Beispiel variable Gemischverwirbelung, Energy Smart Management, Start-Stop-Technik und reibungsreduzierte Komponenten. In beiden Motoren ersetzt eine Steuerkette den Zahnriemen, das reduziert die Wartungskosten. Der Motor Energy TCE 150 leistet 110 kW und stellt ein maximales Drehmoment von 220 Nm zur Verfügung. Der zweite angebotene Benzinmotor Energy TCE 200 entwickelt eine Leistung von 147 kW und ein maximales Drehmoment von 260 Nm. In beiden Fällen arbeiten die Motoren mit dem 7-Gang-EDC-Doppelkupplungsgetriebe DW5 zusammen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017